Wo sind wir hier? In Hojos Hexenküche. Shinras dunkles Geheimnis. Zum Zertrümmern fehlt uns leider die Zeit. Lasst uns schnell rauf aufs Dach! Was ist das? Genova? Mutter, lass uns diesen Planeten zusammen zurückfordern. Sie alle! Ich hasse sie alle! Cloud? Bist das wirklich du? Gehe anbärmlich. Akzeptiere es. Hildroth! Welch freudiges Wiedersehen. Vortrefflich! Mit meiner Theorie lag ich also vollkommen richtig. Ich hoffe, meine Erwartungen werden auch weiterhin erfüllt. Ich muss hier weg. Versuchsbehälter. So komme ich rüber. Glaublich aus, wo du mehr? Ich muss hier ein bisschen in der Erachtung machen können. Wie ist es mit dem Wegzimmern? Wie geht es mit dem Wegzimmer? Doch, lieber was ist es mit dem Wegzimmer. Ich bin immer noch nicht auf dem Wegzimmer. Wie ist das denn? Taitt weiß vielleicht nicht. Wir machen das dann also, was wir. Vielleicht haben wir das. Was will ich dir? Aha, ich bin, die Wunderschöne. Das war's. Keine große Sache. Ich helf dir. Danke. Ich bin bereit. Das wird so nicht. Keine Chance. Alles okay? Ja. Und die anderen? Scheinen nicht in der Nähe zu sein. Dann suchen wir sie. Ich bin bereit. Was ist? Mit dem Hebel da drüben könnten wir uns einen Weg schaffen. Hm. Das müsste sich arrangieren lassen. Bist du sicher? Ja. Dann hüpfen wir rüber. Ich bin bereit. 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 Das war's für heute. Dieser Laden ist das reingste Gruselkabinett. Na, was ist? Kommt mir bloß nicht zu nahe! Brauchst du Hilfe? Bist du dir sicher? Klar, ich hab doch gar nicht mit dich losgelegt! Das ist vorbei! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Geht das hier ne Monsterfabrik oder was? Das könnte man durchaus so sagen. Geht das hier. Was ist das? Alles okay, Artvatermann. Schneller! Stippe! Was soll der Scheiß? Zu spät, Sonnein. Nicht übertreiben. Und jetzt? Nichts überstürzt. Bei dir alles klar? Ja, keine Sorge. Na dann, ist ja gut. Der Ausgang? Was nun? Ganz einfach. Wir suchen Tifa und Aerith. Und dann geht's rauf aufs Dach. Gibt doch sicher einen Fahrstuhl. Mal abgesehen von den Störenfrieden hat sich am Plan nichts geändert. Losleiter! Losleiter! Musik Die Tür ist verriegelt. Der Weg zurück ist abgeschnitten. Die Tür ist verriegelt. Wow, netter Wandlauf. Die Tür ist verriegelt. Die Tür ist verriegelt. Die Tür ist verriegelt. Wartet doch! Wir kommen jetzt zu euch runter! Hä? Was hat sie gesagt? Da drüben scheint irgendwas zu sein. Hier tiefer! Cloud, kannst du mich hören? Ja. Ist bei euch alles in Ordnung? Soweit ja. Aber wir stecken hier fest. Was sollen wir jetzt tun, Cloud? Ach, könnt ihr mich hören? Oh, so. Ganz genau. Willkommen in der Walze, meiner bescheidenen Forschungseinrichtung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Welt. Fühlt euch ganz wie zu Hause. Und freut euch, denn ihr werdet die seltene Ehre haben, an meinen Experimenten mitzuwirken. Was? Wenn alles vorbereitet ist, werde ich die Tür zu Sektion 3 öffnen. Obwohl, wo ihr gerade schon einmal zugegen seid. Warum geht ihr mir nicht einfach etwas zur Hand? Eure Daten werden sicher sehr aufschlussreich sein. Ich und dem helfen? Da hat er sich aber geschnitten! Lass ihn uns einfach ignorieren. Das wäre vermutlich zwecklos. Wie ich Hojo kenne, lässt er uns nur vorankommen, wenn wir ihm liefern, was er will. Er hat Sektionen erwähnt, nicht? Ich glaub, ich hab oben so eine Aufschrift an der Tür gesehen. Sehen wir es uns an. Ihr seid auf euch allein gestellt. Seid vorsichtig. Ja, sind wir. Wir warten hier. Wenn irgendwas ist, dann funkt uns an. Okay? Geht klar. Ob mit Cloud alles in Ordnung ist? Er benimmt sich schon länger etwas seltsam. Ja, aber mach dir deshalb keine Sorgen. Sag lieber mal, wie geht es dir denn hier? Hier? Ähm, alles im grünen Bereich. Das ist vermutlich der Eingang zu Sektion 3. Sieht nicht so aus, als hätte die Tür einen Griff. Sicher kann man sie irgendwie entriegeln. Lass uns mal suchen. Okay. Sieh mal! Ja, unten kommt man jetzt auch weiter. Sagen wir Cloud Bescheid. Cloud, hörst du mich? Die Tür zu Sektion 3 haben wir gefunden. Aber sie ist noch verriegelt. Verstehe. Ruju hatte doch was von Vorbehaltungen gesagt, nicht? Ich denke, wir müssen das da bedienen. Das zentrale Kontrollterminal. Könnte sein. Wir haben hier gerade etwas bedient. Kommt ihr jetzt vielleicht weiter? Verstanden. Wir gehen zum zentralen Kontrollterminal. Wartet, bis ihr von uns hört. Was untersucht dieser Spinner hier eigentlich? Das Unheil, das aus dem All kam. Genova. Für Hoju ist es etwas wie sein Lebenswerk. Verschone mich mit diesen Märchen. In dieser Einrichtung arbeitet man daran. Genetische Informationen von Genova auf Lebewesen und Maschinen zu übertragen. In der Hoffnung, sie stärker zu machen. Und Hoju scheint uns zu benutzen, um seine Experimente zu vollenden. Hä? Dieser Mistkerl, was bildet er sich ein? Die Wesen hier sind zum Sterben, verdammt. Erlösen wir sie. Als erstes müssen wir einen Weg ins Zentrum. Geht nicht. Wettung! Die Wesen hier sind wichtig. Das war's dann. Das war's für dich! Das war's für dich! Da geht noch was! Mein Einsatz! Verschwinde! Keine Chance! Das war's für dich! Das war's für dich! Alles? Das war's für dich! Kein Schalter in Sicht. Hier geht es nicht weiter. Tifa und Eris waren vor Sektion 3, oder? Vier Hebe. Für die vier Sektionen in der Walze. Was passiert? Transfusion initiiert. Transfusion initiiert. Stichproben-Test im festgelegten Bereich beginnt. Sag den beiden Bescheid, dass sie losgehen können. Aber sie sollen dabei vorsichtig sein. Okay. Tifa, bist du da? Wir haben das Kontrollterminal bedient. Die Tür sollte jetzt offen sein. Drin sind wahrscheinlich Versuchsobjekte von Hojo. Seid auf der Hut. Danke. Wir sehen's uns an. Ich bin nicht geschlagen. Ich bin nicht geschlagen. Nachschlag! Bleib weg! Vier Hebe! Gewonnen! Gute Arbeit! Was haben die hier wohl gemacht? Es macht mich irgendwie traurig. Zack! Es macht es mit einem? Ei características aus! Es wird sonst ste马 schnell öffelt. Ich kann cette Ver違う. D Bell Alejandro해 Arm patina. Sie sollen sie sind. Sto Metal 1xlookal. Amany ist es her没事, Erdem. Sie müssen eine Art. Die Tür geh teu. Was ist das? 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 Was ist das?